419 Glubsch Stupid BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖote CH Impact Фtermddy Hopf Wo bist du? Du kriegst mich nicht! Spaß! Oh Gott, verdammt! Wenn ich mit dir fertig bin, wird dein Gesicht wie zermatschte Kartoffeln aussehen! Ja, was auch immer, Mann! Okay, ich werde jetzt dieses Kind finden! Aber dann will ich dich töten! Okay, tschüss! Fröhliche Reise! Okay, jetzt gucken! Ja! Da war überhaupt gar kein Kind! Guck nochmal! Ich weiß, dass du mit mir spielst! Wo ist dieses Kind? Wo hast du euch versteckt? Junge, ich weiß nicht... Nun, ähm... Freddy ist hinter dir! Freddy? Hallo! Hallo, Freddy! Hey, Freddy! Hallo, Nachwächter! Freddy, rede nicht mit diesem Typen! Er ist ein Arschloch! Schockiere! Freddy, er versteckt hier irgendwo ein Kind und will mir nicht sagen, wo! Weißt du, was das heißt? Wir können keinen Geburtstag feiern, Freddy! Doch! Wir müssen es finden, Freddy! Es will einen Geburtstagskuchen! Ich versuch mein Bestes! Hör auf Fanfictions zu lesen! Die verwirren dich! Ich glaube so langsam, dass da gar kein Kind ist! Sollte es besser gucken gehen mal? Das reichst du, Wichser! Ich komm zu dir! Aber zuerst werde ich doch ein letztes Mal nachprüfen, ob dieses Kind wirklich nicht existiert! Dieser Job ist ein totaler Witz! Alter, wer bist du? Hallo! Oh, das ist meine Chance für mich zu überraschen! Hier komme ich! Ah, mein verficktes Knie! Wir sterben, Bitch! Danke für das Brecheisen, Foxy! Foxy! Was zur Hölle? Keine Ahnung, mir ist langweilig! Hey Springtrap! Was? Hörst du das? Ah, fick dich einfach selbst! Fick dich einfach selbst! Jaaa!